Taiwan ist in höchster Alarmbereitschaft, da ein chinesischer Flugzeugträger südlich der Insel gesichtet wurde. Der Flugzeugträger Liaoning hat die Gewässer nahe dem Baschi-Kanal betreten und steuert wahrscheinlich in den westlichen Pazifik, erklärte das taiwanesische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass das Militär in höchster Alarmbereitschaft ist, bereit einzugreifen, falls notwendig. In den letzten 24 Stunden wurden elf chinesische Kampfjets und acht Kriegsschiffe rund um die Insel gesichtet, so das taiwanesische Verteidigungsministerium. Neun Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee Chinas haben sogar die Mittellinie der Taiwanstraße überschritten und sind aus dem Norden, Südwesten und Osten in die Luftverteidigungsidentifikationszone eingedrungen. Die taiwanesischen Streitkräfte haben die Situation überwacht und entsprechend den Umständen reagiert, indem sie den Verlauf der Ereignisse verfolgt haben, sagte das Ministerium in einer Erklärung. All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen China und Taiwan hoch bleiben. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums und schließt nicht aus, dass es eines Tages die Kontrolle darüber übernimmt, auch mit Gewalt. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums auf organisation als Teil seines Vielen Dank.